Eine weitere Person in der Aufzählung bekannter Pioniere der Gemeinde Gottes darf nicht fehlen. Es ist Eugene A. Reardon. Viele Details aus seinem Leben erhalten wir von seinem Sohn Robert Reardon, der 1953 Präsident der Anderson University wurde und oft über seinen Vater geschrieben hat. Eugene A. Reardon war in einer katholischen Familie mit irischen Wurzeln in Ohio aufgewachsen und kam sehr früh schon mit den Evangelisten der jungen Gemeinde Gottes Bewegung in Kontakt. Die da waren Barney Warren, K.G. Kilpatrick und Sam Speck. Er bekehrte sich zu Christus, verband sich mit der neuen Bewegung und verließ den Katholizismus. Welche Kämpfe er daheim durchzustehen hatte, können wir nur erahnen. Er soll wenig darüber gesprochen haben, aber den traditionellen katholischen Glauben seiner Familie zu verlassen, wird nicht einfach für ihn gewesen sein. Es waren Barney Warrens freundliche Ausstrahlung, sowie sein reiches geistliches Leben, was den jungen Reardon angezogen hat. Warren war ja der Schreiber vieler Lieder. Hier auf dem Bild sehen wir ihn in jungen und in alten Jahren. Ja, seine Liebe zur Musik ließ etwas Feines von ihm ausstrahlen. Warrens Predigtstil und Umgang mit Jungbekehrten war so ganz anders wie die oftmals sehr harten und verurteilenden Predigten älterer Brüder. Barney Warren sah in dem jungen Reardon sehr viel Potenzial und somit wurde er auch sein Begleiter auf seinen ersten Glaubensschritten. Reardon verspürte schon früh einen Ruf in den Dienst für den Herrn. Barney Warren empfahl ihm dabei, in das Missionsheim der Gemeinde Gottes nach Chicago zu ziehen. Hier würde er noch intensiver in den biblischen Lehren geschult und könnte dabei auch das gesamte Spektrum der Gemeinde Gottes in den USA kennenlernen. Das Missionsheim in Chicago war in einer alten, umgebauten Kirche untergebracht. Der vordere Wohnkomplex hatte zwei Stockwerke. Hier gingen Missionare ein und aus. Auch Reiseevangelisten fanden hier einen Platz zum Übernachten. Wie so üblich, für alle Missionsheime der Gemeinde Gottes in jener Zeit wurde hier sparsam gelebt, auf Gehalt verzichtet und in einer Wohngemeinschaft zusammen mit anderen Glaubensgeschwistern Jüngerschaft und Nachfolge Jesu praktiziert. Junge Christen wurden mit den Lehren der Bibel bekannt gemacht und gleichzeitig wurde auch vor Ort evangelisiert. Diese Missionsheime waren die ersten Versammlungszentren für neu entstandene Gemeinden, so auch in Chicago. Für den jungen Reardon war das Leben im Missionsheim aufregend und herausfordernd, lernte er hier doch die bekannten Pioniere der Gemeinde Gottes kennen. In Chicago lebte auch Gorham Tufs, der die Open Door Mission gründete und verarmte Arbeiter in Chicago speiste. Chicago war eine Arbeiterstadt und die Wohnverhältnisse erbärmlich. Gorham Tufs gehörte zur Gemeinde Gottes, sodass hier in Chicago schon früh auch mit diakonischen Aktivitäten in der City begonnen wurde. 1898 wurde Tufs von der Gemeinde Gottes nach Indien geschickt, um dort eine große Spende für die Hungernden zu überreichen. Auch in Indien war die Gemeinde Gottes damals bereits präsent. Eugen Reardon soll in seiner Art etwas rückhaltend gewesen sein. Er war nicht der Mann der lauten Stimme, der Volksmengen begeistert konnte. Dennoch bekam er immer mehr Leitungsaufgaben im Heim übertragen. Er litt oft unter seinen Schwächen und kam wohl auch manchmal ins Zweifeln, ob das Missionsheim wirklich sein von Gott ihm zugewiesener Platz war. Es gab einige, die meinten, er solle lieber wieder nach Ohio zurückgehen. Aber die Heimeltern Colts waren anderer Meinung. Auch sie erkannten, dass der junge Reardon ein begabter Mann war, der Jesus und sein Reich liebte. So geschah es dann auch, dass sie Eugen Reardon die Leitung des Heims übergaben, als sie 1908 die Arbeit in Chicago verließen. In dieser Aufgabe wurden die Herausforderungen härter und auch Eugins Frustrationen wuchsen. Sein Freund Kilpatrick besuchte das Heim und betete unter Handauflegung um Stärkung für ihn. Herr, rette diesen Mann von der Sünde des Strebens nach schnellem und sofortigem Erfolg, soll er gebetet haben. Hierin sehen wir Reardens Anfechtung, die wir gut nachvollziehen können. Er sah zu wenig Frucht in seiner Arbeit. Er war zu erfolgsorientiert. Erfolg wird im Reich Gottes aber nach anderen Maßstäben gemessen, als es in weltlichen Organisationen geschieht. Im Reich Gottes zählt die Treue. Genau diese Treue war es dann auch, die Eugen Reardon bis an sein Lebensende ausmachte. Er hatte von hier an noch einen langen Dienstweg vor sich. Im Missionsheim in Chicago hatten sich einige afroamerikanische Christen eingefunden. Sie kamen aus dem Süden Amerikas und wurden in Chicago ansässig. Somit war die Versammlung im Heim auch international. Auf einem Gruppenfoto der Mitarbeiter im Heim kann man auch eine afroamerikanische Schwester erkennen. Diese farbigen Geschwister hatten aber ihren eigenen Frömmigkeitsstil, der durch eine deutliche Lebendigkeit gekennzeichnet war. Eines Tages traten sie an Reardon mit der Frage heran, ob sie nicht eine eigenständige Gemeinde gründen könnten. Eine Gemeinde, in der sie ihren lebendigen Stil in der Anbetung frei ausüben konnten. Wer schon afroamerikanische Gemeinden kennengelernt hat, weiß, wie lebendig und emotional sie sind. Hier wurden Kulturunterschiede in der Gemeinde Gottes schon sichtbar. Diese farbigen Glaubensgeschwister hatten recht bald auch ihr eigenes Missionswerk gegründet, aber man arbeitete weiterhin mit den Brüdern in Anderson Hand in Hand. Reardon hatte Verständnis für deren Anliegen, und kam ihrer Bitte entgegen. Er kontaktierte Pastor S. P. Dunn, einen farbigen Prediger der Gemeinde Gottes in Louisiana, und riet ihn, nach Chicago zu kommen, um eine neue, farbige Gemeinde der Gemeinde Gottes zu gründen. Pastor S. P. Dunn folgte dem Ruf und somit entstand hierdurch, Hand in Hand mit dem Missionsheim, die afroamerikanische Gemeinde in der Langley Avenue in Chicago. Diese Gemeinde gibt es noch heute. Reardon schrieb über die wunderbare Einheit in Christus, die hierdurch zum Ausdruck kam. Wer da meint, Reardens Dienstumfang sei nur auf Chicago begrenzt gewesen, vertut sich. 1907 machte Reardon einen Missionseinsatz für sieben Monate in Ägypten. Ohne Arabisch zu können, arbeitete er dennoch fleißig mit den einheimischen Brüdern dort zusammen und stärkte das ägyptische Werk der Gemeinde Gottes. Auf seiner Reise zurück in die Staaten hatte er noch einen kurzen Aufenthalt in Deutschland und beriet die Brüder mit seinen Erfahrungen, wie auch in Essen ein Missionsheim gegründet werden könnte. 1919 machte Reardon zusammen mit F. G. Smith eine Missionsreise nach Europa. Sie besuchten dabei Geschwister in Birkenhead in England. Die Gemeinde dort wurde von den Rupperts ins Leben gerufen. So wie auch das Missionsheim in Essen, dessen Gründung mit Reardens Mithilfe danach auch entstanden ist. Als die Gemeinde Gottes in den Vereinigten Staaten 1910 die Missionszeitschrift Missionary Herald herausgab, waren in ihr immer wieder auch Artikel von Eugene Reardon zu finden. Er hatte früh ein Herz für die Mission gewonnen, nicht zuletzt durch seine Kontakte nach Indien, Ägypten und Europa. Gott führte es so, dass Eugene Reardon 1908 Pearl Herman heiratete. Sie war zuvor die Sekretärin des Heims geworden. Somit wurden Leiter und Sekretärin ein Hochzeitspaar. Sie bekamen zwei Söhne, Williard und Robert. Eugene Reardon wurde dann 1920 der Pastor der Park Place Church of God in Anderson. Damit fand sein 23-jähriger Dienst im Missionsheim von Chicago ein Ende. Er hatte bereits viele Freundschaften und Kontakte nach Anderson hin aufgebaut. Nun kam er in die Zentrale des Werkes. Hier befanden sich das Verlagshaus der Evangeliumsposaune, ein Altenheim, die große Halle für Lagerversammlungen sowie die Bibelschule, Anderson Bible Training School. Park Place Church of God war die Gemeinde für die Studenten und Lehrer, eine Pastorenstelle an einem vielversprechenden Ort. Als das Gesamtwerk anfing, mehrere Gremien für verschiedene Arbeitszweige ins Leben zu rufen, war Reardon hierfür immer ein gern gesehener Kandidat und Mitarbeiter. Er wurde dann auch der Leiter der General Assembly. Die Predigerschaft der Gemeinde Gottes, die sich einmal in diesem Gesamtformat in Anderson, meist im Juni während der Lagerversammlungen, traf. Besondere Unterstützung gewährte Reardon der neu gegründeten Bibelschule, die später zu einem College ausgebaut wurde. Er und der Bibelschulleiter J.A. Morrison waren gute Freunde. Oft holte sich Morrison Ratschläge von Reardon für die weiteren Schritte im Aufbau der Schule. Reardon hatte immer eine Weitsicht und bestand darauf, dass die Gemeinde Gottes eine gute theologische Ausbildungsstätte erhalten sollte. Schon in früheren Jahren schrieb er in einem Predigerblatt, Er erkannte die der jungen Generation von Gott geschenkten Begabungen und bemühte sich um deren Schulungen und Förderung. Eine gesunde Vorbereitung in Predigtlehre, Bibellehre, Seelsorge und Kirchengeschichte sind unverzichtbare Grundlagen für jeden, der in den Dienst als Prediger oder Missionar gehen will. Dafür setzte sich Reardon ein. Doch wegen einer Lungenkrankheit seines Sohnes Williard musste seine Familie bald ihren Wohnort wechseln. Das Klima in Anderson, im Bundesstaat Indiana, war nicht bekömmlich für das Kind. Somit zogen sie 1926 nach Colorado, in den westlichen und damit wärmeren Teil Amerikas. Dort in Denver wurde Reardon Pastor der Gemeinde Gottes. Diese Zeit währte aber nur sieben Jahre. Williard erfuhr Heilung und 1933 zogen sie wieder zurück nach Anderson und Reardon wurde wieder Pastor der Park Place Church of God. Während seiner Abwesenheit übernahm A.F. Gray hier die Leitung als Pastor. Doch Eugen Reardon wurde nicht nur dadurch bekannt, weil er der berühmten Park Place Church in Anderson gedient hat. Sein Bekanntheitsgrad rührte auch daher, weil er mit einer fast prophetischen Stimme auftrat. Die Gemeinde Gottes Bewegung stand in den 20er Jahren in einer angespannten Diskussion über das Thema der Einheit. War sie doch als eine Einheitsbewegung entstanden? Ihre Pioniere haben aus Babylon herausgerufen, aus der Zersplitterung der Christenheit hin zur sichtbaren Gestalt der Einheit aller Kinder Gottes in Form dieser jungen Gemeindebewegung. Aber die Zeit lehrte, dass dieses Herauskommen nicht überall Erfolg hatte, denn es waren auch weiterhin viele wiedergeborene Christen in anderen Gemeinschaften zu Hause. Die Reformationsbewegung brauchte jetzt wieder eine Reform. Wie leben wir diese so lieb ersehnte Einheit? Charles Naylor machte bereits darauf aufmerksam, dass die Gefahren zu groß seien, selbst wieder zu einer Sekte zu werden, wenn wir uns nur mit uns selbst befassen würden. Wir brauchen ein weites Herz für Gottes Volk. Wir müssen Brücken zu anderen Christen bauen, nur dann bleiben wir unserer ursprünglichen Berufung treu. Wir dürfen uns nicht mehr als die einzige Reformbewegung sehen, die Gott segnet. Wer sie überhebt, wird ein Reformationssektierer. Gerade inmitten dieser Auseinandersetzungen im Jahre 1929 während einer Predigerkonferenz in Anderson hat Eugen Reardon das Thema Einheit zum Inhalt seiner Predigt erwählt. Es war wohl die erste herausforderndste Predigt, die in der Gemeinde Gottes jemals über die Einheit gehalten wurde. Sie ist in vielen Geschichtsbüchern über die Gemeinde Gottes festgehalten worden. Hier einige Zitate. Es gibt keine Körperschaft von Gläubigen auf Erden, die ein Exklusivrecht auf Christus und seine Wahrheit beanspruchen kann. Ich bin davon überzeugt, dass die Versammlung, an die Gott interessiert ist, eine Versammlung zu Christus hin ist und nicht eine zentralisierte Bewegung, die meint, dass sie alle Kinder Gottes auf Erden umfasst. Es gibt so etwas wie eine Überbetonung der Reformation, so dass unsere Leute reformationszentriert denken und dadurch die Reformation zur Sekte machen. Wenn wir uns nicht vom Geist Gottes weiterführen lassen, werden wir bald selbst im Babylonischen Museum wiederzufinden sein. Weiter rief Reardon dazu auf, den kritischen und engen Geist aus unserer Arbeit hinaus zu tun. Er rief dazu auf, ein weites Verständnis von Gemeinschaft und einen größeren Geist der Kooperation mit anderen Christen aufzubauen. Auch F.G. Smith hatte dann ein Jahr später ebenfalls niedergeschrieben, dass die Sektendämme fallen und wir Gemeinschaft mit allen suchen müssten, die Christus in Wahrheit lieben. Aber so deutlich wie Reardon hatte es wohl keiner zu formulieren gewagt. Hier stand ein Mann auf, der tief in der Gemeinde Gottes verwurzelt war, dessen Pioniergeist aber nicht stehen blieb, sondern sich nach einer lebendigen Christenheit sehnte, in der jede Sektengesinnung verbannt ist und alle Schwestern und Brüder ohne Klassifizierungen geliebt sind, sich schätzen und ehren mit Christus in der Mitte, der alle verbindet. Der Ruf zu Christus hin stand jetzt im Vordergrund und nicht mehr die Reformbewegung. Diese mahnende Stimme Reardens ist auch heute notwendig. Immer wieder steht auch unser frommes Fleisch in der Gefahr, Trennwände zu anderen Christen zu bauen und dabei in Isolation zu geraten und dem Traditionalismus zu erstarren. Im Grunde war es ein Ruf zu mehr Offenheit für das Wirken des Geistes, der uns frisch und lebendig hält und uns vor Verhärtung bewahrt. Reardon sprach damals diese Worte zur richtigen Zeit. Wir brauchen sie immer wieder. 1945 wurde Dale Oldham der Pastor der Park Place Church in Anderson. Eugen Reardon machte den Platz frei. Er hatte es bereits zwei Jahre voraus angekündigt. Aber seine Flamme für Missionen ließ er jetzt im Alter nicht ausgehen. Ganz im Gegenteil. Er und seine Frau Pearl gingen für ein Jahr als Mentor für junge Pastoren nach Kenia, Afrika. Auch hier, in Kenia, war die Bewegung der Gemeinde Gottes bereits stark geworden. Er diente der Buru Buru Church of God in Nairobi und half bei ihrem Aufbau mit. 1946 kamen sie wieder in die USA zurück. Aber dann ging alles sehr schnell. Ihre Söhne holten sie vom New Yorker Flughafen ab. Während sie sich bei seinem Sohn Robert in Pennsylvania erholten, wurde Eugene in der Nacht sehr krank. Magenbeschwerden, die einen Notarzt erforderten. Aber im Krankenhaus verstarb wir denn plötzlich und damit unerwartet. Sein Licht aber brannte weiter. Besonders in der Fortführung seiner Arbeit durch seinen Sohn Robert, der 1953 Präsident der Anderson University wurde. Seine Sicht für Missionen sollte uns neu motivieren. Und seine Stimme, dass die Gemeinde Gottes eine Einheitsbewegung in der Gesinnung Jesu bleiben muss, sollte uns neu auf die Knie führen mit der Bitte. Herr, schenke es. Sei uns noch einmal gnädig. Amen.